Für immer ein Paar Forever Thomas Gottschalk rührt mit Hochzeitsnachrichten Er ist der ewige Entertainer, Lausbub und Faxenmacher Doch mit Blick auf seine Hochzeit mit Karina Mross wird Thomas Gottschalk auf einmal ganz tiefsinnig und emotional Das kommt bei seinen Fans, ob prominent oder nicht, gut an Thomas Gottschalk und seine Partnerin Karina Mross haben am Wochenende mit ihrer heimlichen Hochzeit im kleinen Kreis auf Ibiza überrascht Dass die beiden sich im Juni verlobt hatten, hatte der Moderator mit seinen Instagram-Followerinnen und Followern zwar geteilt Doch so schnell hatte wohl kaum jemand mit dem Ja-Wort des Paares gerechnet Der Verlobungspost war noch in typischer Gottschalk-Manier gehalten Scherzhaft schrieb er zu den Beweisfotos seines Antrags Vielleicht habt ihr es ja schon gelesen, ich bin verlobt Hatte aber den Verlobungsring im Hotel sich vergessen und musste dann schnell einen Ausbonbonpapier basteln Merke, nie ohne, werthersechte Ganz anders dagegen die ungewohnt romantischen und emotionalen Zeilen, die Thomas Gottschalk nun auf Instagram zu seiner Hochzeit schreibt Obwohl ich dieses Ereignis immer noch als ein sehr persönliches Erlebnis empfinde, nehme ich euch mit auf meine Hochzeit mit Karina auf Ibiza Ich muss es vielleicht noch lernen, meine innersten Gefühle mit euch zu teilen Und das ist sicher ein guter Moment dafür, kommentiert der Entertainer einen Post mit mehreren Bildern der Trauung Dann schreibt er, ihr kennt mein Showmaster-Gesicht, aber Karina hat mir ins Herz geschaut Deswegen sind wir jetzt für immer ein Paar Forever Gottschalk endet mit einer Art Bitte an seine über 100.000 Followerinnen und Follower, auf Trauzeugen haben wir verzichtet Ihr passt auf uns auf Ja Kurz darauf veröffentlichte er mit demselben Text noch einen zweiten Schwung an Hochzeitsfotos Gottschalks Worte trafen bei vielen offenbar mitten ins Herz Zusammen sammelten die beiden Posts rasch über 40.000 Likes Wait, nein, jetzt